So, hi Leute. Willkommen zum Samstagsvlog und damit der letzte Krasse von der Gamescom. Heute geht's richtig rund. Ich bin jetzt gleich beim Thunder Truck und zockt heute gegen euch. Es gibt ein kleines Meet & Greet und danach ist Last & Standing 3 und ich freue mich schon richtig drauf. Ich bin schon so mega kaputt. Aber es geht jetzt noch der letzte Tag der Woche des Jahres. Alles klar, wir sehen uns. So, let's run. Make a great escape. And I'll be waiting outside for the getaway. It doesn't matter who we are. We'll keep running through the dark. Can all I ever need is another day, but I'll be waiting outside for the getaway. It doesn't matter who we are. We'll keep running through the dark. Can all I ever need is another day. We can slow down cause tomorrow is a mile away. And live with shooting stars. Cause happy ending's hardest to fade. Alright, let's go. I'll be waiting outside for the 2nd time. Es ist ein bisschen laut, aber ich hoffe, ihr versteht nicht. Jetzt haben wir mit... Ja, war super, war gut. War geil. So, ich bin bei Onals durch. Ich geh gerade weg. Ich hab keine Ahnung, wie viele Leute Autogramme gegeben. Ich hab über anderthalb Stunden überzogen, aber ich hab alle unterschrieben, alles, Foto gemacht, äh, bin kaputt. Und jetzt geht's ja gleich weiter zu Last Man Standing. Da vorne sind ein paar Menschen. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee wäre, da jetzt hinzugehen. Aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Live like the movies do. I won't mind when it's over. At least I didn't think so. So let's run. Make a great escape. And I'll be able to decide to get away. It's just bad to be hard. We'll get running to the dark. And all we ever need is another day. We can slow down. But tomorrow is a matter of way. We can slow down. We can slow down. It's going in one lane. What are you doing? Two from left. No! Yes! 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 Very good. Ah, ich hab keinen mehr mitgenommen. Mach wenig, du geile Sau! Oh, nein! Wir sind von links oben gekommen. Oh, ist das schön. Einer noch, einer noch. Das kann nicht sein. Ich hab nen Stick, wer ist vor mir? Wie das denn? Hab den, ab den unten. Nein! Ja, Mann! Ja! Ja! Riesiger! Geil, Alter! Ja! Wie ist denn einer durchgeführt? Wo ist denn einer durchgeführt? Echt? Wir vergeben jetzt erstmal die Punkte. Da hinten wird schon geschummelt. Da stehen jetzt nämlich schon drei Punkte nochmal oben drauf. Vier Punkte, vier Punkte. Team Rookies hat jetzt neun zu eins. Das sieht nicht gut aus wie die Veteranen bisher. Neun zu eins. Aber... Ganz kurz, ich will... Wir können hier mal schauen, die an Moranz gelegen hat. Was war denn da? Was war's? Wir haben uns einfach überrascht. Wir standen da, auf einmal gucken wir nach links oben. Blum, blum, fallen die Bade runter. Und das war's. Wir haben leider verloren. Es ist gegeben, um mich abzulenken, aber es hat nicht überlaufen. Aber man muss dazu sagen, das sind ja auch alles erfahrene Minecraft-Spieler. Ja, ja. Die ganzen Minecraft-Spieler. Ja, ja. Das ist unfair. Man muss aber auch sagen, dieser Typ hat es so gesehen. Wir haben sie nämlich abgesprochen. Das Sturmwaffe, die ganze Zeit in der Mitte steht, unäquipt. Damit wir ein gutes Gefühl haben, ja wir töten ja wen. Du hast den Nerven. Er hat uns abgelenkt und er ist einfach über die Seite. Habt ihr gut gemacht. Da bist jetzt wieder fair, ne? Habt ihr verdient. Habt ihr verdient. Habt ihr verdient. Ja. Das ist nicht soальная, die ganze Zeit early boom. So was ist der Problem war해주 ku und Bueno ist ein SüASS auf Jesus. Kannst du dich mal auf dich verschadniere ich. Und das ist ein große Aufgabe. Und das ist keine. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal. Veni ist dunkelgrün. Debitor, welche Farbe bist du? Blau. Blau. Debitor ist blau. Oh mein Gott, oh mein Gott. Maxi. Oh ich weiß nicht, du bist zu dick. Oh Gott. Ach, Marbe, du bist zu pink. Gut. Wir haben noch rot. Sind also alle bedient. Aber es geht ja wiederum weg. Das Team holt zuerst 10 Punkte. Oder steht das jetzt 4 zu 1. Bei mir hat er reconnected. Er hat gerade keine Intermerkung. Auf sich Kraft. Ja, man. Nein, wir haben noch 7. Sehr gut. Orange. Nein. Die ist, wie es das hieße. Die ist ja geschlossen. Die Judis. Ja, Gott. Das ist besser, Alter. Wie spielt man es? Easy. Und der fack ihn doch. Jetzt. 3. Weißt du, Alter? Herrgit. Das heißt, das nächste Spiel könnte jetzt entschieden werden, wollen wir jetzt mal die Punkte ansagen. 35 zu 20 für die Rookies. Das heißt, beim nächsten Spiel könnten die Rookies gewinnen. Oh, macht kein Dammit! Ah, still in the main! Danke, danke, danke! Oh, sehr gut! Die Rookies! Der! Der! Ja! Oh, mein Gott! Komm her, Vini! Untertitelung des ZDF für funk, 2017